Ich bin mit mir ins Räume gekommen. Ich bleibe in der Hauptstadt. Es kann und darf nicht sein, dass diese kulturlosen Pests in Europa überschwemmen. Ich bin das letzte Bollwerk gegen diese Gefahr. Der Kampf von Berlin ist die deutsche Schicksalsschlacht. Ich habe heute den Fall Klausowitz ausgegeben. Berlin wird Randstadt. Sie übernehmen als Kampfkommandant. Die Sicherung des Regierungsvettels. Aber wir müssen auch da eiskalt sein.